Die Facebook-Frage in dieser Woche kommt von Vincent Gerke und der möchte gerne eine relativ einfache Sache wissen. Möchte die Mannschaft, also deine, die U23, in die dritte Liga irgendwann? Ja, ich denke schon, dass es von jeder Amateurmannschaft das Ziel ist, so hoch wie möglich zu spielen. Genauso wie es von Hannover 96 die erste Mannschaft ist, in der ersten Liga zu spielen, ist es unsere. Wir können höchstens dritte Liga spielen, aber das ist unser Ziel auf Dauer. Zurzeit ist es schwer realisierbar, weil es einfach Mannschaften gibt, die in höheren Etaten haben, wie Red Bull Leipzig, wie Chemnitz, die auch die Erfahrung, das merkt man dann schon, dass da ein bisschen die Erfahrung fehlt im Großen und Ganzen, um die Spiele zu gewinnen. Am Anfang haben wir zu viele Punkte liegen lassen. Ich denke, jetzt sind wir ganz gut drauf und können auf jeden Fall nochmal angreifen, was Platz 5, Platz 6 angeht. Da reden Sie! Ja, ich bin. Ich frage. Da sind dir leider, ein bisschen dieigail, über Schuss, Kaffnernitz, der hat mich gedacht, dass du in die Beginning einem großenあ Hubblesk�ens�데uer